Die DRV-News vom 1. November 2024. Frankfurt und Hannover startklar für Modellprojekte. Anbauvereine jetzt auch in Thüringen und Brandenburg genehmigt. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirkstor Shop. Herzlich willkommen bei den DRV-News. Ich hatte mal wieder sehr wenig Zeit zur Vorbereitung aus verschiedenen Gründen, wollte euch aber trotzdem die wichtigsten Nachrichten nicht vorenthalten. Ich kann hier mal schön dann in den DRV-Flurfunk irgendwie mal reingucken und mir da die wichtigsten Sachen rausholen. Intensiver befasst habe ich mich nur mit einem Thema und da ist wahrscheinlich auch das einzige, worauf jetzt manche warten, dass ich dazu was sage, nämlich die Medienberichte darüber, dass Frankfurt und Hannover startklar sind für Modellprojekte. Und das kam teilweise in den Medien auch schon so rüber, als wäre da jetzt im Prinzip schon alles klar und die wollen Anfang 2025 anfangen und Verträge sind unterschrieben und so weiter. Ja, geht los. Aber das ist natürlich jetzt noch nicht so. Das ist so, dass das weiterhin Absichtserklärungen sind und wenn noch gar kein fertiger Antrag da ist, geschweige denn ein genehmigter Antrag, ja, bevor man eine Genehmigung hat, kann man auch nicht anfangen mit so einem Modellprojekt. Trotzdem ist das eine sehr gute Sache, weil einerseits natürlich der Druck auf Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister dadurch weiter erhöht wird, dass die Nachfrage da ist, dass ernsthafte Absichten da sind, auch sehr konkrete und zwar auch konkreter als bisher die Absichtserklärungen, die wir hatten. Das war ja vor ein paar Monaten schon mal so, dass da Wiesbaden und Co. angeblich 25 Städte gerne ein Modellprojekt machen wollen zur Cannabisabgabe. Aber jetzt haben wir hier schon eine unterschriebene Absichtserklärung jeweils der Stadt, der Sanity Group, die da als wirtschaftlicher Partner sozusagen mit einsteigen will und die ganze Organisation diese Abgabe organisieren will und Produktion und so weiter. und eben der jeweiligen Uni in Frankfurt beziehungsweise in Hannover, die dann die Forschung dazu beitragen zu dem Ganzen. Das als Absichtserklärung zwischen diesen Vertragspartnern sozusagen steht jetzt da fest. Die Bürgermeister sagen, wir sind stark, wir können loslegen und so weiter. Ja, das ist natürlich nochmal mehr konkreterer Druck auf das BMEL-Landwirtschaftsministerium, da jetzt endlich mal klarzumachen, wie das Ganze laufen soll mit den Anträgen. Und wir sind auch näher dran, dass diese Städte jetzt diese konkreten Anträge formulieren. Das wird auch nicht lange dauern, weil die Sanity Group in der Schweiz auch schon so ein Modellprojekt betreibt und da sehr gut drauf zurückgreifen kann. Und wenn jetzt eben Cem Özdemir nicht bald diese Verordnung in Kraft setzt, die dann sagt irgendwie, die und die Behörde ist zuständig, geplant ist das Bundesinstitut für Landwirtschaft und Ernährung, dann hat er selber als Landwirtschaftsminister die Anträge auf dem Tisch liegen und muss halt irgendwas anfangen. Ja, also insofern wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, wenn Cem Özdemir sich da erstmal einen Ruck geben würde und endlich diese Verordnung in Kraft setzen würde, zu der sowieso verpflichtet ist, diese Bestimmung der Behörde seit dem 1.4. Seit dem 1.4. ist ja das Konsumcannabis-Gesetz in Kraft getreten unter anderem, da steht drin, das Landwirtschaftsministerium muss eine Behörde bestimmen, die für solche Anträge zuständig ist. Und wenn er das nicht macht, dann kriegt er eben selber die Anträge, weil so oder so eröffnet ja dieser Forschungsparagraf den Unternehmen und Städten und so weiter die Möglichkeit, Modellprojekte zu machen. Also, wenn keine Behörde bestimmt wird, bei Özdemir auf dem Schreibtisch. Das ist also insofern eine gute Nachricht. Vielleicht noch ein paar Details dazu. Erstens, aus Transparenzgründen, in dem Fall sage ich sehr gerne dazu, die Sanity Group ist einer unserer drei Diamant-Sponsoren, hier allerdings im Vorspann immer genannt als Avai Medical. Aber ja, da mal einen guten Erwisch sozusagen von denen mit viel Geld, weil die auch für unsere Sache und auch für die Säule 2, natürlich auch im eigenen Interesse, aber auch im Interesse von allen sozusagen, diese Modellprojekte noch durchbringt. Da mit ein bisschen Glück und jedenfalls ein treibender Faktor ist dabei. Dann sind die etwas unterschiedlich gelagert, diese angekündigten Modellprojekte, insbesondere was die Teilnehmerzahl angeht und wo verkauft werden soll. Wir hatten ja in Wiesbaden schon diese Ankündigung. Wiesbaden selber hatte gesagt, wir wollen die Abgabe über Apotheken machen und auch mit einem anderen Forschungspartner und Organisationspartner, dieser neuen Forschungsverein, der sich da gegründet hat, von dem wir jetzt eine Weile nichts gehört haben. Und jetzt geht es eben mit anderen Partnern weiter und es soll auch nicht in Apotheken verkauft werden, in Frankfurt und Hannover. Der Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen ist aber noch, dass in Hannover die Teilnehmerzahl begrenzt werden soll. Da war von 4.000 die Rede ungefähr. Und in Frankfurt zunächst keine Begrenzung stattfinden soll. Das ist also jetzt nochmal im Prinzip dieses Angebot. Ja, wir können euch das geben, was ihr haben wolltet, liebe Bundesregierung, nämlich großflächige Modellprojekte, wie es ja gekündigt war. Also keine Teilnehmerzahlbegrenzung, sondern alle Einwohner einer bestimmten Stadt, zum Beispiel Frankfurt, können dann eben in Geschäften einkaufen. Das Ganze natürlich viel größer und viel umfassender und ein viel größerer Beitrag auch dazu, den Schwarzmarkt zu verdrängen. Oder ich mache es so wie in der Schweiz mit ein paar Hundert oder ein paar Tausend Teilnehmern. Immerhin wäre das auch der Einstieg in Modellprojekte zur Cannabis-Abgabe, zum ersten Mal legale Abgabe auch in Shops sozusagen in Deutschland. Aber ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall kann da jetzt im Prinzip, gibt es auch nochmal eine Wahlmöglichkeit, wie viele sich trauen da, ob sie ihr eigenes Programm, ihr eigenen Koalitionsvertrag möglichst weitgehend erfüllen wollen oder ob sie lieber sagen, wir haben kein Kleinen. Aber auf jeden Fall, der Druck ist da. Und ich bin auch gespannt, jetzt was dabei rauskommt und ob jetzt Ötze mir endlich verstanden hat, dass er da irgendwie handeln muss und ich einfach irgendwie das Ganze aussitzen kann auf ewig und denke, da passiert irgendwie nichts. Es passiert was. Also Glückwunsch an alle Beteiligten da und an die mutigen Kommunalpolitiker, die sich getraut haben, da nach vorwärts und voranzuschreiten. Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabis-Konsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau- und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutsche Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung. Weitere Infos in der Videobeschreibung. Ich erzähle jetzt gerade in den nächsten beiden Nachrichten auch nicht viele Details, sondern einfach nur, dass es stattgefunden hat. Insofern guckt auch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Die nächste Nachricht ist so eine, nämlich Anbauvereine jetzt auch in Thüringen und Brandenburg. Das soll ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wieder Bundesländer mehr, zwei gleich mehr in einer Woche, die nicht mehr zu denen gehören, die überhaupt keinen einzigen Anbauverein bisher genehmigt haben, die jetzt quasi jetzt langsam ins Geschehen reinkommen. In Thüringen waren es gleich zwei, nämlich die CSCs in Erfurt und Hildburghausen. Und wie ich höre, sind da auch schon die nächsten in der Pipeline. Und in Brandenburg in dem Fall ist es in Uranienburg der Green Social Club aus Berlin. Der ist aus Berlin gefroren sozusagen, weil in Berlin war nicht absehbar, wann jetzt hier mal irgendwann was passiert mit zuständigen Behörden und Genehmigungen und so. Das dümpelt ja hier in Berlin schon seit Monaten vor sich hin. Das kann nicht wissen, wer da jetzt eigentlich genau zuständig sein soll. Sehr berlinig. Und da sind wir aber schon bei der nächsten Nachricht, nämlich jetzt ist es geklärt. Berlin weiß jetzt, wer die zuständige Behörde ist, was schon lange jetzt auch in die Richtung ging, ist jetzt geklärt, dass LAGESO, Landesanführung Gesundheit und Soziales, ist zuständig dafür und hat auch jetzt schon den Prozess der Anmeldung klargemacht. Die haben eine Seite freigeschaltet mit allen möglichen Informationen, wo man sich mit dem Anbauantrag als CSC melden kann, um eben dieses Verfahren zu starten. Links in die Videobeschreibung, wie gesagt, packe ich gleich noch. Und was auch jetzt neu dazugekommen ist in Berlin, ist der Bußgeldkatalog, der sich leider wieder mal am repressiven Bayern orientiert. Da hat Bayern einen tollen PRQ gemacht, in dem sie die ersten waren, die den Bußgeldkatalog gemacht haben, der sehr hoch und sehr streng angesetzt war, hohe Bußgelder, wo man denkt, so im direkten Vergleich zu Rasern oder so, ist das ein Witz, wie krass da irgendwie Cannabiskonsum an der falschen Stelle im Stadtgebiet bestraft werden soll, wo man dann als normaler Passant auch meistens gar nicht weiß, darf ich jetzt hier konsumieren oder nicht. Aber auch zum Beispiel Konsum in der Gegenwart von Kindern sind wir auch dann gleich wieder bis zu 1.000 Euro unterwegs, also dramatische Bußgelder auch in Berlin, was gar nicht zu Berlin passt eigentlich und meiner Meinung nach auch nicht verhältnismäßig ist. Aber gut, was will man erwarten? Hier haben wir eine große Koalition, CDU-geführte Regierungen. Dafür ist das Ganze noch einigermaßen in Ordnung. Das überhaupt jetzt mal loslegen, ja? Ne, ist eigentlich gar nicht in Ordnung. Also dauert viel zu lange beim Lageso und die Bußgelder sind zu hoch. Ne, ich nehme das zurück. Ist gar nicht gut. Also Berlin ist Schlussricht, immer noch. Und naja, hoffentlich kommen sie jetzt mal in die Pötte und genehmigen Anbauvereine. Und dann sind wir schon bei den Terminen mit einer kleinen Anmerkung oder Berichtigung zum letzten Mal. Da habe ich nämlich erzählt, dass unsere Ortsgruppe in Darmstadt beim Clean-Up-Day sich an einer städtischen Aktion beteiligt hätte, zum Stadt aufräumen und Müll einsammeln und so weiter. Sehr heldenhaft. Aber es war ja noch heldenhafter, weil es war gar keine städtische Aktion, sondern die Aktion ging von der Ortsgruppe selber aus. Die haben selber den Clean-Up-Day organisiert und mit eigenen Mitgliedern sind sie im Park rumgelaufen und haben eben Müll eingesammelt. Und ein paar andere haben sich beteiligt an deren Aktion, aber nicht umgekehrt. Also war eine Only-DHV-Ortsgruppe-Stadt-Rheinemach-Aktion. Ja, also nochmal Glückwunsch an die Helden von Darmstadt. Und dann sind wir jetzt bei den anderen Terminen. Und zwar haben wir Heidelberg, Teamsitzung des Handverbandes am 4.11. Nochmal Heidelberg am 9.11. Infostand der Ortsgruppe. München treffen der Ortsgruppe auch am 9.11. Und in Hamm, da bin ich selber nochmal unterwegs. Das ist, glaube ich, mein letzter Auswärtstermin dieses Jahr. Im Moment jedenfalls am 13.11. Eine Fachzeiung von der Suchtberatung, Jugend-Drogenberatung, Dingens. Und dann haben wir in Heidelberg nochmal einen Infostand der DHV-Ortsgruppe bei der Premiere der Kieferoper am 15.11. Und Stuttgart eine Kinonacht vom CSC Stuttgart organisiert, was auch die DHV-Ortsgruppe ist. CSC Movie Night. Ja, genau. Also richtiges Kino mit Kieferfilmen organisiert von der Ortsgruppe. Super. Also wer da in der Nähe ist, kann ja da nochmal anbandeln mit der Ortsgruppe und nett Kieferfilme im Kino gucken. Das war es jetzt für heute mal wieder. Ja, also auch für die schnell hingemachte Sendung. Können wir trotzdem ein Like dalassen, wenn ihr das gut fandet, das wir trotzdem gemacht haben. den Kanal abonnieren, drücken, wisst ihr ja. Das war es dann für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und berusamen Abt. Das war es dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.